ich guck mal ob man einen offroad reifen aufziehen kann eine festzeit verfügbar mit diesem kart komisch so markt so ready tatsächlich ja joshi dann welcome to hell das ist neo früh start ist auf die kerbs gefahren wo wir lustig die kurve ist cool mit dem kart ich helfe dir danke oh kiesbett ist schlecht oh stau stau die machen nichts wow der sprung über die ziellinie du kannst nicht alle probleme dadurch lösen dass du die karts tiefer legt doch das kann nur wenn jemand kommt der seinen kart nicht tiefer legt wow die kerbs in wenn es zum start hoch geht diesmal habe ich den sprung nicht so ganz gut gefangen also die die kies abschnitte mit denen habe ich zu kämpfen die die asphalt abschnitte gehen super aber hier unten die die kurve im dreck geschafft mich nicht rauszudrehen diesmal ja also nicht ich könnte ein bisschen mehr ohne diese rutschen wuuh wobei man eigentlich die kurven ja auch voll ausmutzig könnte da hätte man auch sprühen müssen aber mit so einem quatsch fangen wir gar nicht erst an so weißt du was ich jetzt mache ich fahr jetzt meine joker lab ah Mist Nio ist vorbei aber Nio muss noch jokern ich hätte so ziemlich oh der eine jeep kommt und der hat auch schon gejokert warum kann der hier so schnell fahren das frage ich mich auch in den asphalt abschnitten woho entschuldigung ich bin hinten reingesprungen da habe ich gemerkt dränge ihn ab dränge den joker runter hat nicht geklappt ich stehe wieder quer hallo joshi bong 71 bei AT Racing reicht es nicht dafür dass jeder von uns eine Nummer kriegt in eine andere Richtung ich wollte in die andere Entschuldigung das sind die Sparmaßnahmen wenn wir alle die gleiche Nummer haben und so dann können bei unserem Flügelbudget wir können wir auch untereinander die den Nutzen und Mengenrabatt bekommen auf die neuen Spoiler ne oh Neo hat seinen Spoiler kaputt gefahren aber für Scruffy ist der noch gut genug genau also der Hüpfer über das Ziel ist echt lustig in der Kart also ich glaube mit kurz macht das mehr Sinn haha meine KI hat sich in die Joker-Runde festgefahren ne meine KI hat sich in die Joker-Runde festgefahren du bist gerade bei mir durch die Strecke gefallen also dein Namensschild zumindest ist verschwunden meine KI ist in die Joker-Runde gefahren und geradeaus weiter in die Wand so mit Clark ok dann an